Und damit einen wunderschönen und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... VIEER Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, endlich geht es weiter. Wir stehen hier jetzt vor diesem Monitor. Und es warten anscheinend sehr viele Wachen auf uns. Ach, wie geil. LOL Das ist ja mal ultra geil. Ja, lol. Okay, das ist cool. Das bockt ja richtig. War es das schon? Ich glaube ja, aber wie cool die das gemacht haben hier, dass man es auch auf dem Monitor sieht. Nicht schlecht. So, die kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Äh, ja, was das für eine Waffe ist, weiß ich noch nicht. Okay. Wie viel Munition habe ich? Ja, da habe ich mehr von, ne? Ich meine, ist zwar eine schöne neue Waffe, die wir noch nicht kennen. Aber ich glaube, ist es sinnvoller, eine Waffe mitzunehmen, die echt mehr Kugeln dabei hat. Beziehungsweise Munition hat. Beziehungsweise Munition hat. Dann schauen wir doch mal. Wo haben wir die denn jetzt alle weggeballert? Hier unten war das nicht, ne? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Fragezeichen. Hier komme ich nicht weiter. Von da bin ich gekommen. Gibt es hier noch andere Türen? Andere Wege? Konnten wir denn wirklich nur das Ding hier aktivieren? Das ist ja voll hohl. Und wie kommen wir jetzt weiter? Kann ich hier vielleicht... Ach, ich kann hier durch. Okay. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ohohoho Ey, wo denn? Alter Boah, es ist schon wieder so spannend gerade, ne? Das ist unglaublich Scheiß die Wand an So, hier sind wir eben hergekommen Hier gingen aber die Türen nicht auf Dann gehen wir jetzt mal durch den Exit Und ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel überhaupt noch geht Um ehrlich zu sein Weil es fühlt sich schon irgendwie nach Ende an Jau Überprüft das da oben Nein, immer dieses Nachladen, Alter Shit Jau Holy Crap Boah, scheiß die Wand an Wir haben kein Medipack mehr Ich speicher hier mal Oh, da kommen noch mehr Nein, ich hab doch was Okay, sie wurden getötet Ist ja gut Och, Mann Okay, ich höre nix mehr Ja, das war klar Oh, shit So, ich hoffe, du bist tot Erstmal direkt heilen Scheiße Man findet ja echt viel Medikits Aber das Problem, was ich gerade habe Ist, dass wir die auch Irgendwie lutschen wie Lollis Nein, warum? Ach, komm schon Wollte ich doch gar nicht Hier ist schon wieder dieser Kaktus Warte mal Hier waren wir doch schon, oder nicht? Trash Was soll ich denn jetzt hier tun? Wann mal irgendwie Da kann ich auch nix mitmachen Irgendwo muss es doch jetzt hier Weitergehen Oder soll ich hier runterspringen? War das auch Quatsch? Oder? Oh, doch Das war richtig Nachbild Okay Ja, Vettel finden Das tun wir schon die ganze Zeit über Beziehungsweise Vettel suchen Das tun wir hier Höhe? Okay Warum kann ich hier nicht durch? Achso Warum nicht? Irgendeiner muss aber schuld sein Sie haben Eine neue Nachricht Erste Nachricht von Genevieve Aristide Ian, können Sie mir kopieren Das Material Sie Ihrer Arbeitsgruppe über Origin Anomalien schicken? Harlan sollte mich täglich informieren Aber der scheint aller Ende viel mit seinem Privatkrieg zu tun zu haben Hoffentlich versprüht er nicht allzu viel Gift bei den Leuten Ich überlege Da ist er doch Ja, du schon wieder Die Leute ihre Sünden begraben Und pflanzten stattdessen Die Saat ihrer Vernichtung Es wird Krieg geben Ich sehe es in meinen Träumen Feuer, das die Erde verschlägt Tote auf den Straßen Städte zerfallen zu Staub Vergeltung Überall dieser Kaktus Immer derselbe Was gibt es denn hier für Zeitung? Okay Nichts Interessantes Die würde ich noch nicht mal durchblättern Wenn ich im Arztzimmer sitze Würde die liegen lassen Hä, was soll ich machen? Ich dachte, das wäre ein Video Echt jetzt? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht Dass die Toten tot bleiben In welcher Welt lebst du? Hä? Warum stirbt der nicht? Der hat jetzt aber wirklich viel ausgehalten Das Ding scheint kaputt zu sein Boah, einen habe ich richtig Zersplattert So, der Müsste auch tot sein Holy Crap Der sieht aber noch ganz glücklich aus Das ist interessant Als die Origin beendeten Hatten sie offenbar Die Tür abgeschlossen Und den Schlüssel weggeropft Einzuhalten wird keine genannt Aber offenbar war es gefährlich Sich dort aufzuhalten Ob es vielleicht eine Art von Chemie Und fallen oder so gegeben Achso, die Oh, lol Kann ich gar nicht durchschießen Ach, wie schön Gib mir das Was ist das? Oh, crap Schon wieder so ein riesiges Mistvieh Komm, lad dich auf Lad dich auf Lad dich auf Ich dachte, der hat mich jetzt Okay, hier ist ein Fahrstuhl Den müssen wir bestimmt benutzen Checkpoint Warte mal Ich probiere da mal rein zu gehen Erst speichere ich Ja, okay Geht nicht Ich hab gedacht Das wär wieder so ein Wenn, äh Ihr wisst schon Shit Fettel scheint hinter dieser Alice Wade Hier zur Seite Bischof erwählt hat Offenbar wieder zum Verwaltungsgebäude Sie müssen sie vor ihm finden Vielleicht kann sie uns sagen Worauf Fettel es abgesehen hat Suchen sie Alice Wade Boah, haben die mich nicht gesehen? Nein, 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 nein Das Schlimme ist, ich kann mich nicht heilen. Jetzt kann ich mich heilen. Sind die gerade an mir vorbeigelaufen? Oh, crap. Das Schlimme ist, ich kann mich heilen. Ja, die Gegner machen echt ernst langsam, ne? Wie lange spielen wir schon? 18 Minuten. Ach, nö. Ja, genau. Wie soll ich den denn besiegen? Erstmal speichern. Ach, fuck. Oh, bitte nicht nochmal den großen. Bitte, 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 bitte. Das war pure Scheiße. Oh, nein. Direkt speichern. Oh, nein. Nochmal speichern. Alles frei. Ja, genau. Ja, genau. Langsam wird es wirklich echt krass. Super viele Gegner von überall. Ach komm schon. Nichts Granate. Soll ich hier irgendwas machen? Ne. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich kann hier nichts drücken. Von hier sind wir gerade gekommen. Die sind offline. Ach, das sieht auch einfach nur gleich aus hier. Alice, wait. So, und wir müssen gleich schon wieder aufhören, ey. Intervall 07. Wie lange geht denn das Spiel? Da kommen wir nicht rein. Kommst du nicht rein? Suchen Sie Alice Waits Büro. Ja. Entscheidet euch doch mal. Finden Sie Vettel. Oh nein, das Signal ist weg. Schon zum zehnten Mal. Okay. 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 Da ist er doch. Und das kleine Mädchen. Ich wollte schon sagen, da kommen doch bestimmt jetzt Gegner raus. Aber dem ist nicht so. So, jetzt müssen wir gleich echt schon wieder aufhören. Das ist super schade. Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir heute sogar schon zum Ende. Wir haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Harlan Wade. Hi, Harlan Wade hier. Ich versuche, Genevieve schon die ganze Woche zu erreichen, aber die Schlampe geht nie ans Telefon. Ich sage sie, wir stecken tiefer in der Scheiße, als wir dachten. Ihre tolle Idee, das Gewalbe wieder zu öffnen, hat etwas in Gang gesetzt, das ich weder erklären noch stoppen kann. Hoffentlich ist sie zufrieden. Ende der Nachrichten. Sie haben zwei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Harlan Wade. Alice, hier ist dein Vater. Du musst unbedingt da raus. Du bist in Gefahr. Geh in mein Büro oder findest du mein Laptop. Such eine Textdatei namens Brothäus. Tempo. Okay. Nachricht von Aldus Bischof. Hallo, Aldus hier. Ich habe die Zeitung von Spendien gelesen. Also hier geht, hier geht wirklich was ganz, ganz, ganz Abgefucktes, was niemand mehr unter Kontrolle hat. Dieser Harlan Wade war von Anfang an verrollt. Mit dabei ist derjenige, der es in Gang gebracht hat. Hä? Come on, und jetzt? Achso. Wow. Oh, scheiß Tür auf. Dann nicht. Jetzt könnte ich hier hoch, aber auch hier noch gucken. Das ist immer so das Problem. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Soll ich jetzt hier lang laufen oder soll ich lieber die Leiter noch hochklettern? Hier ist jetzt ein Checkpoint. Ich kletter jetzt aber trotzdem einmal hier hoch. Und dann machen wir Feierabend für heute. Wahrscheinlich ist das auch wieder dasselbe Gebiet. Oder wir finden hier irgendwie eine Spritze oder sonst irgendwas. Aber hier geht es dann auch nicht weiter. Dann war das schon der richtige Weg. Aua. Den wir gelaufen sind. So, hier geht es nicht weiter. Das ist so das typische Wartezimmer. So, dann stellen wir uns jetzt einfach mal genau hier hin und sehen uns dann in der nächsten Folge von 4 wieder zurück. Ich werde jetzt einfach mal speichern. Und dann möchte ich hoffen, dass wir dem Ganzen jetzt langsam echt mal auf die Spur kommen. Weil mir kommt das so vor, als wäre das alles hier schon mal schief gelaufen. Und es gab wieder irgendwelche Profis, die gedacht haben, hey, lass uns das doch einfach nochmal machen. Nur anders. Ja, und dann ist es wieder schief gelaufen. So, und jetzt haben wir den Salat mit irgendwelchen paranormalen Mädchen und komischen Geistern. Und ich weiß nicht was. Ich blicke da irgendwie immer noch nicht so ganz durch. Ich denke mal, ich werde mir früher oder später nochmal im Wikipedia durchlesen, was es genau mit der Sache auf sich hat. So, ich speichere hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich möchte hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Däumchen, Kommentare immer willkommen. Bis dahin. Peace. Bis dann. Und haut rein. Bis dann.